Wie hast du es dir denn vorgestellt? Ich kann es dir zeigen. Ich will doch nur ein Privatleben für uns. Wem schreibst du denn da? Wille wird heute wiederkommen. Das ist echt eine Riesensache, oder? Es ist so merkwürdig, dass ich wieder ein normales Leben haben möchte. Wilhelm, eines Tages, da wirst du ein fantastischer König sein. Ich weiß, dass die Stimmung zwischen dir und August etwas angestellt ist. Ich verehre die Monarchie. Du wirst nie ein Teil meiner Familie sein. Wenn du denkst, dass ich dir den Thron überlasse, dann träum weiter. Du bist noch kein König. Was findest du denn an der Monarchie so gut? Ich sag doch nur, dass ich gesehen hab, wie du dich dabei fühlst. Wie es mit dieser Schule in Zukunft weitergeht, hängt von dieser Prüfung ab. Dass das Helaschka geschlossen wird mit sofortiger Wirkung. Aber wir können nicht noch mehr Skandale gebrauchen. Du musst in einem Jahr in der Lage sein, den Thron zu übernehmen. Und wenn ich das nicht will? Es besteht eine erhöhte Bedrohungslage gegen den Kronprinzen. Alles, was du tust, repräsentiert auch mich und die königliche Familie. Ich versuche wirklich immer für ihn da zu sein. Aber was ich auch tue, ist irgendwie falsch. Liebe sollte nicht so schwer sein. Wie kommt man über seine beste Freundin hinweg? Ich hab dich so vermisst, dass es weh tut. Ich erkenne dich gar nicht wieder. Aufhören! Können wir nicht einfach vergessen, was passiert ist? Nur für einen Abend. Alles wieder gut zwischen uns? Können wir nicht.